Hallo und damit ein herzliches Willkommen zurück bei Watch Dogs 2, meine verehrten Damen und Herren und verehrte Zuschauer. In der letzten Folge ist ja so viel passiert, wir haben Horatio verloren, wir haben uns mit dem Satelliten auseinandergesetzt, wir haben ihn reingehackt, jetzt haben wir weltweit Zugriff auf die ganzen Konzerne von Blume und jetzt hat uns der liebe Horatio, äh nicht, der Horatio ist ja tot, der Horatio hat was für uns und sie hat auch was für uns, komischerweise. Ähm, okay, ich würde aber gerne erstmal mit allen reden, bevor ich irgendwas mache, fangen wir mal an mit Josh. Und wie bist du hier gelandet? Dachte mir, ich könnte in einem Computer mehr erreichen als in einem Space Shuttle. Okay. Du hast eine Operation vor uns, okay, aber ich möchte noch erst mit ihm reden. Na komm, na komm. So. Klingt logisch. Sie hat auch noch eine Mission vor uns, ich muss kurz gucken, was sie für eine Mission vor uns hat. In diesem Symbol, alle Macht und Volke. Ah, okay. Äh, wie gemalt, das kann ich immer nicht machen. Shang, was? Shang-Ai-Ti. Trifft dich mit Mecha-Space, mit DedSec? Ähm. Das sind alles Hoppe-Portionen. Notruf. Was ist der Grund Ihres Anrufs? Was geht denn jetzt ab? Achso, ein Verbündeter. Achso, ich dachte schon, ein Verbündeter war das. Markus, wir haben einen echten Schatz in dem Galileo-Dump gefunden. Metall ist nahm drauf. Bin ganz ohr. Ranch und ich arbeiten an einem Plan. Wir weinen dich ein, wenn du wieder in der Garage bist. Okay. Äh, Schnei-Operationen. Warte mal. Alter, wie viele Operationen habe ich denn jetzt hier auf einmal? Äh, Roboter-Krieg. Ach, die Schande. Ganz viele Hauptoperationen. Ich würde aber erst mal anfangen mit der hier. Fangen wir erst mal mit der an. Und zwar muss ich dort hin. Mit ihm reden. Darüber. Was ist, Ray? Joshua hat was seltsames beim Galileo-Hack entdeckt. Es ist Code, aber die Kommentare sind chinesisch. Oh, sag nicht die Chinesen haben den Satelliten-Backbone schon gehackt. Nicht die Satelliten. Die Tiefseekabel, die China und die USA verbinden. Das ist nicht mal das Interessante an der Sache. Blum hat den Hack überwacht. Laut Joshua haben die Hacker Daten gestohlen und sie benutzt, um ein Vermögen an der New Yorker Börse zu machen. Hacker werden zu Insider-Händlern. Und? Das ist doch nicht das erste Mal. Nein, jetzt kommt's. Das Programm, das die Hacker benutzen. Trommelwirbel, Josh, bitte. Muster-Erkennungs-Software. Sieht für mich verdammt klar nach Belvether aus. Und Blum weiß das? Warum halten die dann die Füße still? Genau darum geht's hier. Wir haben keine konkreten Infos, außer die chinesischen Hacker haben einem Frachtschiff eine Vorabfreigabe für San Francisco erteilt. Ihre Schiffscontainer sind gerade im Hafen eingetroffen. Das seh ich mir an. Josh, ich frage mich, was das für ein Typ ist. Ich glaube, der ist Autist, oder? Weil, äh, weil, ähm, wie soll ich sagen? Er ist sehr in seiner eigenen Welt drin, da. Das ist mir so, das ist sehr, sehr gut aufgefallen. Aber er merkt, äh, äh, bei Josh taut ja mittlerweile sehr gut auf und das finde ich sehr schön. So, wie komme ich dann bis zum Kaffeeshop? Reisen wir dort hin. Kann ich mir auch eigentlich einen Kaffee kaufen? Geht das eigentlich auch? Doobby Donuts. Oh. Ja, wenn da die Brieftasche nicht in der Welt werden müsste. Was zur Hölle? Ich hab ihn voll auf den Schweren zu beheirrt. Der Pellatron und setz seit weiteren Schwingern an. Ich dachte, okay, jetzt bin ich allein. Aber er stolpert und ich hab meinen Schmack von den anderen freigegeben. Was? Nein! Was? Nein! Tschüss. Tschüss. Oh, auf gar keinen Fall! Verpiss dich! Stirb einsam, Loser. Pass bloß auf. Ich hätte dich auch vermöbeln können. Wie so zum Hänkerprogramm. Tja, da habe ich euer Zeug geklaut. Ich bin ja nicht Brüder oder so. Vielen Dank. Wie sagt der Handschuh an? Verstehe ich nicht. Gehen wir mal weiter und schauen uns jetzt mal diese wunderschöne Fracht an. Ich hoffe, die ist nicht zu sehr gesichert. Ja, da machen wir es doch mal. Das ist beängstigend. Stell dir vor, was passiert, wenn Bloom CTOS weltweit einführt. Länder ohne gesetzliche Regelungen. Länder, in denen es die Regierung aktiv gegen ihr Volk einsetzt. Das wäre eine Katastrophe. Ein Albtraum-Szenario. Und das läuft wahrscheinlich schon. Wie um alles in der Welt sollen wir das bitte aufhalten? Wir greifen weiter ihre Geschäftspartner an. Decken die Risiken auf. Den Missbrauch. Wir kämpfen nicht gegen Bloom selbst. Da gibt es für uns nichts zu holen. Wir müssen ihr Image und ihre Marke zerstören. Was ist denn das denn für nette Arbeiter hier? Sexy. Okay, muss ich jetzt wohl... Hier hoch. Danke, Feuer, Geld. Ach, den kann ich auch steuern. Den großen. Ah, dann setze ich mich mal hin. So. Ähm. Oh. Das werden sie versuchen. habe ich jetzt ich habe ihn nicht so einfach noch mal da kommen Ah, wir müssen hier hochziehen Na komm Ah Ah Na komm Ich so sehr gerade zu kriegen Aber Okay Krieg ich den Nicht wie ich ihn haben möchte Schade Ich war das ja auch Alles was ich machen musste Ich versuche mal da hin zu kommen Aha Okay Ich muss starten Ich muss einfach nur die anderen konnten Ich kann ihn leider kriegen Okay Ach du Scheiße Beruhig dich Verdammt jetzt Kleines Rätsel Wer in der Gegend Ist chinesisch Und betreibt Menschenhandel Anti-Shoe-Boys Ganz klar Ja Der hat ne Ausbildung Bei dem ganzen Aufwand Gut Ich fang bei den chinesischen Schulen an Und meld mich Wenn ich was find Okay Eine Sache noch Mann Willkommen in Amerika Das war's Nice Ich habe einen Kontakt in Chinatown Der Verbindungen zu den Anti-Shoe-Boys hat Ich schicke dir seine Koordinaten Vielleicht hat er ja ein paar Antworten Danke Das ist die Terra Ja Ihr müsst doch sehr viel bei uns lernen Wir nehmen gerne euer Geld mit Hihii Aber euer Geld Danke fürs Gehalt Wohin muss ich denn jetzt Wo ist hin? Entschuldigung fürs Reißbaden China down Na ja klar In China down Ja Gehen wir mal hin Zu machen Ich muss jetzt alle Container Da wegkriegen Meine Stimme ist noch nicht ganz wach Oh Ich fummle da mit den Containern herum Fantastische Tagesgerichte Heute nicht Nö Tagesgerichte Mö Ich möchte dein Geld Oh China down Oh China down Oh China down Oh China down Ich gebe diesen Witz China down China down Ich will mir Also San Francisco ist eine richtige Multikulti Stadt Das merkt man ja Klar 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 Du mich auch So Ja Ich war mit dir am Strand um den Raketenstart zu sehen Dort ist recht Das war der perfekte Ort um sie zu fragen Dafür hast du ein paar Drinks bei mir gut Äh Okay die ist lesbisch Und hier ist der Informant Hey Kennst du den Typ Verschwinde du Arsch Ich bin beschäftigt Und außerdem ganz schön eingebildet Was Hör zu Ich weiß die Antichu Boys bringen sie rein Ich möchte rausfinden wieso Nein scheiße den kenne ich nicht Wir kennen uns nicht alle Setara sagt du könntest mir helfen Gib mir irgendwas Wieso hast du das nicht gesagt Antichu hat ein Büro in der Import Export Firma auf der Gold Street Da sind Aufzeichnungen Aber sag Setara dass wir damit quitt sind Ja ja Danke Danke dir Bist ein guter Chinese Okay ich muss in dieses Gebäude rein Aufgepasst ich folge gerade einer Spur in Chinatown Ich glaube es ist ein ordentlich Schuhunterschlupf oder sowas Ich sag euch Bescheid wenn ich was finde Okay Halt die Augen nach allem auf Das wir in Bezug auf den Börsenhack brauchen können Hey hier ist so ein Penner unterwegs Alle Einheiten 1029 haben Informationen zu einem bekannten Täter Übermitteln jetzt die CTOS Koordinaten Die Polizei macht das schon Wenn die Polizisten Ich habe ein Verhandlungsbild rausgeschickt Ach da sind sie ja schon Das ist toll Komm sie bin direkt hier Hä Was macht die denn jetzt Oh Ich habe nichts gemacht Ich habe nichts gemacht ich schwöre Oh Gott Oh Gott ich habe noch nichts gemacht meine güte er muss in der nähe sein tja was war das denn jetzt ich wollte nur die ordentliche schubäuse in einem polizei kampf verwickeln aber nicht mich selber verdammt das noch mal neu machen jetzt müssen wir noch versuchen was ist das also den kompletten schon mal herbei beschworen das ist schon mal sehr gut verdammt der hund nervt mich wurde zerstört verdammt mein jumper wurde zerstört dann muss ich das anders machen zentrale wir haben einen tipp zu einer möglichen verdächtigen bitte melden woher habe ich hier zugenäht der hund nervt mich verdammt verdammt zu oh verdammt die verdammt das ist Achten Sie darauf, dass sich in Ihrer Nähe eine oder mehrere mögliche Zielpersonen befinden. Ah, verdammt. Ich wollte auch die Polizisten in den Kampf erwickeln und nicht mich selber. Verdammt, das ist extrem. Okay, muss ich das halt eben anders angehen. Ich will sagen, ich beende erstmal die Folge, bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao.